Sie haben als Sportkreis Interesse daran, Fortbildungen mit gesundheitlichem Schwerpunkt in Ihrer Region anzubieten? Der Landessportbund Hessen und der Geschäftsbereich Sportentwicklung unterstützen Sie dabei. Welche Fortbildungen gibt es? Insgesamt bieten wir vier Fortbildungen mit gesundheitlichem Schwerpunkt an. Das Alltagsfitness-Test-Praxisprogramm ist ein Trainingsprogramm, das auf dem Alltagsfitness-Test aufbaut, damit die Teilnehmenden auch mit 90 noch fit und gesund Ihren Alltag bewältigen können. Diese Fortbildung ist für Übungsleiter C und B. Zweitens, fit mit Präventionssport. Mit einem Mix aus Theorie und Praxis aus dem Themenbereich Präventionssport. Diese ist für Übungsleiter C und B geeignet. Drittens, Alltagstrainingsprogramm. Ist ein niedrigschwelliges Programm für Bewegungseinsteiger im Alltag. Die Fortbildung ist geeignet für Übungsleiter B, Sport in der Prävention. Viertens, Bewegungsangebote für ehemalige Krebspatienten. Informiert über die Chancen und Risiken von Bewegung nach einer Krebserkrankung. Diese Fortbildung ist geeignet für Übungsleiter B, Sport in der Prävention und Rehabilitation. Welche Kosten entstehen allgemein? Je nach Örtlichkeit oder Zusammenarbeit mit der Kommune können Kosten vor Räumlichkeiten entstehen. Bedenken Sie hierbei, für die Fortbildung wird häufig ein Raum für die Theorie benötigt sowie ein Raum für die Praxis. Es können Kosten bei der Verpflegung entstehen. Je nachdem, ob in der Teilnahmegebühr das Essen enthalten ist oder die Teilnehmenden sich selbst verpflegen. Die Referenten erhalten ein Honorar von 35 bis 40 Euro pro Lerneinheit pro Referent. Dies ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden unter Lerneinheiten und in Absprache mit Ihnen und dem Referenten festzulegen. Denken Sie auch daran, die Fahrtkosten mit dem Referenten vorher abzusprechen. Die Teilnahmegebühren für die Fortbildung legen Sie selbst fest. Bei Interesse an einer der vorgestellten dezentralen Fortbildungen legen Sie einfach ein Datum fest, an dem auch die benötigten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Mit dem Datum melden Sie sich bei uns. Wir geben den Termin an unser qualifiziertes Referententeam weiter und fragen die Verfügbarkeit ab. Hat sich ein Referent zum vorgeschlagenen Termin gefunden, vermitteln wir den Kontakt an Sie weiter. Genaueres zu Kosten, Materialien und Raum vereinbaren Sie dann direkt mit dem Referenten. Wir stellen nicht nur den Kontakt zu erfahrenen und qualifizierten Referenten her, sondern bei Bedarf können Sie auch für die Fortbildung Material ausleihen und erhalten Ausschreibungen, Fragebögen und Vorlagen für Teilnehmerlisten sowie andere Materialien von uns. Rufen Sie uns einfach an unter der 069 6789 423. Jetzt können Sie die Fortbildung in Ihrer Region durchführen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!